Der Panther von Renier Maria Rilke Gelesen für Liebewachsen.org Der Panther im Järgindesplantis Paris Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäber so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keiner Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupile sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ende von Der Panther im Järgindesplantis Paris Diese Aufnahme ist in der Publik Domaine. Gelesen von Malone Der Panther im Järgindesplantis Paris Der Panther im Järgindesplantis Paris